Also eine gute Schule muss so für mich sein, dass halt auch, dass man gute Freunde da hat. Also muss viel Platz sein und viel, also auf dem Pausenhof viel Ausdauer für die Kinder. Dass die Lehrer auch witzig sind und auch Spaß verstehen. Dass man da Sachen machen kann, wie die Klasse abstimmt. Für mich ist besonders, dass es halt das Slavesline-Zentrum gibt. Da können die Kinder, die schnell lernen, auch da auf ihrem Niveau arbeiten. Es gibt auch Leute, die hier Hilfe brauchen, die kriegen dann auch Hilfe. Und wenn man hier eigentlich richtig zuhört, dann kann man auch was Richtiges lernen. Die Gedanken sind frei, der Hand, der Rat, sind die Frieden vorbei. Die Menschen sind frei, die Menschen sind frei. Kein Mensch kann die wissen, kein Kerker anschließen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Für mich bedeutet dem Lernen Flügel verleihen, dass ich etwas bekomme, das mir in meinem Leben nie jemand wieder wegnehmen kann. Und egal, ob ich ja aus der Talsohle oder von einem schwierigen Steilhang, der abrutschgefährdet ist, oder von einem ganz bequemen Berggipfel aus starte, ich fliege hinterher. Und als Lehrer ist es ein wirklich wahnsinnig toller Beruf. Da kann ich zur Seite stehen, Kinder zu begleiten bei diesem Prozess des Fliegenlerns. Bis zum nächsten Mal.